meinchampion.de. Einfach. Also ich finde, dieses neue Blau, das hat irgendwie sowas Beruhigendes. Man hat irgendwie sowas Vertrauenserweckendes. Man traut sich viel eher, die Leute anzusprechen, die Polizisten, und man weiß einfach, dass da jemand da ist, der auf meiner Seite ist. Mir gefallen es besser für die Grünen, weil es einfach was Neues ist. Blau schaut gut aus. Ja, mir gefällt es schön, das kann nichts sagen. Die Grünen sind wir natürlich jetzt gewohnt, aber bei mir sind die Blauen auch wieder grüner. Also ich finde es halt ein bisschen passender, wie das altmodische grüne und braune Hosengleid oder Beinkleid. Mich spricht, die ist ansprechender. Ja, schaut ziemlich amerikanisch aus. Es ist so, wie diese Bodyguards, die haben immer so dunkel anzogen, und da haben wir gedacht, nein, das könnte man jetzt einfach nicht. Grün ist schon eigentlich out. Eigentlich ist es mir wurscht. Wichtig ist mir die Sicherheit, und da möchte ich allen Polizisten danken, dass sie sich da für uns diesen schweren Job aussetzen und uns vor Ungemach bewahren.